Hallo und willkommen bei Wikivit Geschichte. Heute mit den Ereignissen aus der Woche vom 15. bis zum 21. Dezember. Fangen wir mit einem Geschehen aus Stockholm an, auf das aber ganz Deutschland stolz sein kann? Die Blechtrommel, Katz und Maus, Hundejahre. Jeder von ihnen kennt sicher die Danziger Trilogie und deren Autor, Günther Grass. Haben sie gewusst, dass er am 16. Dezember 1999 den Nobelpreis für Literatur für sein Lebenswerk erhielt? Der deutsche Schriftsteller und Mitglied der Gruppe 47 gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Außer Schreiben engagiert er sich gegen Atomkraft, zum Beispiel bei einer Lesung vor dem Kernkraftwerk Krümel im April 2011. Richten wir unseren Blick auf Österreich. Kennen Sie den österreichischen Film, der über das Leben der Kaiserin Elisabeth erzählt? Seine Uraufführung erfolgte am 21. Dezember 1955 im Wiener Apollo Kino. Als sich der Film als großer Erfolg an den Kinokassen erwies, folgten die Fortsetzungen Sissi, die junge Kaiserin und Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin. Die Sissi Trilogie mit Romy Schneider und Karl Heitzböhm gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Filmproduktionen und zu den erfolgreichsten Filmen in deutschen und österreichischen Kinos. Richten wir unseren Blick auf die weltweiten Ereignisse. Michael Jordan und Shaquille O'Neal sind nur die wenigen Stars dieser Sportart, Basketball. Wussten Sie eigentlich, wer und wann diesen Sport erfand? Es war ein Sportlehrer namens James Naismith. Dieser sollte etwas gegen die gelangweilten Schüler unternehmen, die im Winter nicht draußen spielen konnten. Zwar konnten diese in der Sporthalle Football spielen, aber es kam sehr oft zu Verletzungen. Naismith soll kurz vor Beginn einer Sportstunde einige Regeln aufgeschrieben haben, die auf dem Kinderspiel Ente auf dem Fels basierten. Er hat in der Sporthalle zwei Körbe aufgehängt und die Schüler in zwei Teams je neun Personen aufgeteilt. Und so wurde am 15. Dezember 1891 der Basketball erfunden. Dass James Naismith mit Basketball einen Treffer gelandet hatte, zeugt der Fakt, dass die Sportart es von einer kleinen Sporthalle bis zu den Olympischen Spielen schaffte. Kommen wir nun zu einem Ereignis, das hoch in den Lüften spielt. Denn am 17. Dezember 1903 schaffte es Orville Wright als erster einen kontrollierten Flug durchzuführen. Es war ein regnerischer Tag und die Pfützen waren vereist, wodurch der Flug kurz und unstabil war. Trotzdem war gerade dieser Flug für die Geschichte der Flugfahrt entscheidend. Das Flugzeug, der Brüder Wright, war eine leichte Konstruktion, die in liegender Position bedient wurde. Da der Motor nur 12 PS hatte, war er zu schwach, um das Flugzeug selbstständig vom Boden zu erheben. Dies hatte zur Folge, dass die Maschine mit Hilfe eines Katapults in die Lüfte befördert wurde. Der Flug von Orville Wright am 17. Dezember 1903 dauerte 12 Sekunden. Schauen wir uns nun die Persönlichkeiten an, die in dieser Woche Geburtstag hatten. Am 15. Dezember im Jahr 37 n. Chr. wurde der römische Kaiser Nero geboren. Er war Schüler des Philosophen Senecas des Jüngeren und obwohl eher das Gegenteil behauptet wird, soll er doch ein großes künstlerisches Talent gehabt haben. Nero wurde zum römischen Kaiser mit gerade 17 Jahren, doch die eigentliche Macht übernahm seine Mutter Agrippina, da er selbst lieber feierte. Am 16. Dezember 1770 erblickte einer der Repräsentanten der Wiener Klassik das Licht der Welt, nämlich Ludwig van Beethoven. Er war ein deutscher Komponist, Pianist und der Wegbereiter der Romantik in der Musik. Sein Schaffen wurde zur Richtlinie für die Musik des 19. Jahrhundert. Weltweiten Ruhm brachten ihm seine neuen Symphonien. Und obwohl er um sein 25. Lebensjahr langsam begonnen hat taub zu werden, hat er weiterhin komponiert und das sogar beim totalen Hörverlust. Das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, Sie konnten etwas lernen und dass Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Falls Sie mehr über das Leben von Nero oder von Ludwig van Beethoven erfahren möchten, schauen Sie sich Wikivit-Persönlichkeiten an. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal.